Neu bei Vox. Was ist, wenn der Mensch, den wir einst zu Grabe trugen, plötzlich zurückkehrt? Daddy! Jacob. Er war acht. Er hat unten am Schluss gespielt. Und es war ihm gefallen. Glauben wir das, was wir sehen? In dem Sarg war ich da drin. Oder sehen wir nur das, was wir glauben? Der DNA-Test ist fertig. Jacob ist real. Ich weiß, es fällt dir schwer, das zu akzeptieren, aber es ist unser Sohn. Aber was ist, wenn er nicht derselbe ist? Die neue Serie Resurrection. Ab 1. Juni.